Was Sie gleich sehen werden, wird Sie begeistern. Dieser Mann trägt eine Zahnprothese, ohne krümelige Rückstände eine Haftcreme. Denn er braucht überhaupt keine Haftcreme. Er trägt langzeitstabilen Zahnersatz von 3M-Espe mit Mini-Implantaten. Zahnersatz ausklicken, einklicken, schon ist er zuverlässig fixiert. Eine Beurteilung, ob diese Therapieform auch bei Ihnen möglich ist und welche potenziellen Risiken im Einzelfall bestehen, kann erst nach gründlicher Untersuchung durch einen Zahnarzt erfolgen. Weitere Informationen sowie Referenzärzte in Ihrer Nähe finden Sie unter www.3mspe.de slash lebensfreude